jo freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja wie ihr seht werde ich heute die profile von meinen ja ich sag mal so von meinen beiden also von meinem drei aufnahmspartner im volsters weil mir nichts besseres reingefallen ist und wir fangen direkt an mit eric eric ist in meinem club finde ich super super eric ist auch nur dank mir im inboss ist wirklich reingekommen vorher hatte das spiel gehasst muss man auch ehrlich sagen grüße wenn du das siehst höchste chaos ultra schwierig eigentlich überall ultra schwierig vier sogar bei höchster boss kampf meiste trophäen 25.000 das ist schon echt krass solosieger 379 und du siege 2001 ich finde solo besser als du aber ja ist okay solo drei was er spielt halt eigentlich nur drei versus drei so wisst ihr ist die teamliga höchste ja ich bin bei teamliga genau so weit wie er ja es ist auf jeden fall er hat eigentlich ein herausforderung auf jeden fall ja hat das eigentlich recht gutes profil finde ich obwohl ein bisschen an trophäen nachgelassen hat man muss aber auch sagen wir haben aber auch gerade erst dieses song neu so ein bisschen aber eigentlich ein gutes profil wir gehen direkt zu toni let's go so wir sind hier bei toni was direkt auffällt toni ist nicht in unserem club schande nein spaß toni aber wenn du willst komm doch gerne in unser club das würde uns übelst freuen ja sie sind halt noch nicht so lange dabei das sieht man auch teamliga hat sie noch nie gespielt sollst du machen du kriegst ja ist halt blöd aber ja meist trophäen eigentlich auch gut naja 4028 sie hat das nicht so lange gespielt sie spielte erst seit der ähm seit der grad ähm seit der saison gerade warum so viele drei was ist drei sieger und solo und du sie finde ich echt blöd ja ihr höchster baller ist wie man schon erkennen kann tara also von der seltenheit und ja es ist ein okay profil also also nehmt das nicht ernst wie ich eure Profile gerade bewerte wenn ihr das seht aber ja profil ist eigentlich gut ja und schon sind wir bei mir sie sind kein klub tritt uns gerne mal bei und ja ihr seht schon sie hat sind die und sie ist mir damit völlig auf den sack gegangen sie hat das so an den einen abend mir gezeigt da war es so 21 uhr oder so und das sei krank ne sie hat einfach sennig gezogen und jetzt da haben wir ein video aufgenommen das kommt auch bald das ist einer woche her oder so und nach dem video hat sie mir noch ein screenshot geschickt und hat einfach danach kolett gezogen wie krank kann man haben 3151 trophäen spielt anscheinend nicht mehr so oft soloduo siegel also ich bin ja eher so der soloduo siegel typ also soloduo typ und nicht 3 vs 3 aber eigentlich ein ganz gutes profil und ja freunde das war's mit dem video like abo ihr wisst bescheid abo ihr wisst